In diesem Modul, für das ein Zeitraum von acht Wochen veranschlagt wird, geht es um die Vorbereitung einer Tablet-Dienstbesprechung, die Fortbildung des Kollegiums und die Erarbeitung eines Konzeptes zur Qualifizierung von Schülerinnen und Schülern hin zu Tablet-Scouts. Das Modul besteht aus drei Abschnitten. Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit der Planung einer Tagesordnung für eine Dienstbesprechung, die speziell dem Tablet-Projekt gewidmet ist. Im Rahmen dieser Veranstaltung wird das Kollegium zunächst vom Kernplanungsteam über den aktuellen Stand des Projektes informiert. Zudem werden anstehende Aufgaben und offene Fragen vorgestellt und diskutiert sowie notwendige nächste Schritte beschlossen. Zu diesen nächsten Schritten zählen unter anderem die Erarbeitung eines Konzeptes für eine Einführungswoche und die Festlegung auf eine Nutzungsordnung. Des Weiteren sollte im Kollegium abgefragt werden, welche Kolleginnen und Kollegen Interesse daran hätten, in den Tablet-Lerngruppen zu unterrichten. Im zweiten Abschnitt geht es um die Fortbildung des Kollegiums. Das entsprechende Konzept, das ebenfalls auf der Dienstbesprechung vorgestellt wird, ist zweigeteilt. Zum einen wird der Fortbildungsbedarf mit Hilfe des Analyse-Tools DIC.com.edu evaluiert. Zum anderen werden im Kollegium bereits parallel dazu Fortbildungsangebote unterschiedlicher Formate, sowohl zur Bedienung der Tablets als auch zu fachdidaktischen Einsatzmöglichkeiten von Tablets unterbreitet. Der dritte und damit letzte Abschnitt dieses Moduls beschäftigt sich mit der Erarbeitung eines Konzeptes zur Qualifizierung von Schülerinnen und Schülern zu sogenannten Tablet-Scouts, wobei das beispielsweise im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts oder auch in einer Arbeitsgemeinschaft geschehen kann. Das fertige Konzept kann dann im ersten Jahr als Tablet-Schule erprobt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017